In diesem Video siehst du, was dir bevorsteht, wenn du Paintball-Spieler bist und dich dafür entscheidest zu heiraten. Das nennt sich Hasenjagd und läuft folgendermaßen ab. Um daran teilnehmen zu können, muss man einen entsprechenden Eintrittspreis bezahlen, was vorher genannt wird um die 50 Cent ein Euro, das in einer Box gesammelt wird, was dann zum Schluss die Junggesellen oder der Junggeselle bekommt. Dafür, dass sie die Strecke einmal mit herlaufen. Quasi als Belohnung oder als Trostpreis, je nachdem wie man es sieht.